Dieser Chart hier zeigt uns, dass Wales das Bitcoin-Netzwerk verlassen und zwar geht es hier um Entitäten von über 1000 BTC, hat verschiedene Grüne, die ich gleich für euch zusammenfassen werde. Wir gucken aber vor allem auch nach Japan, denn dort könnte die Liquidität ein Ende haben. Es könnte sein, dass die Zentralbank dort jetzt gegensteuert, denn das Thema Inflation ist wieder aufgefacht, nicht erst seit Freitag mit den PCE-Daten aus den USA, die negativ ausgefallen sind. Das alles marktgebliche Faktoren, vor allem aber auch der Blick noch zur SEC, zu Gary Gensler, der sagt, alles andere als Bitcoin ist ein Wertpapier. Wichtige Nachrichten, deswegen jetzt rücklehnen, anschnallen und viel Spaß beim Video. Hallo Leute, herzlich willkommen zu den Bitcoin2Go News. Ihr seht es hier oben, der Indikator für Bitcoin zeigt zumindest mal leicht grün. Wir sehen also den Bitcoin-Kurs gerade leicht im Plus. Wir wollen mal drauf schauen, wie die Kacheln gerade aktuell aussehen und da sehen wir eben gemischte Gefühle auf jeden Fall mal mit einem ganz krassen Gewinner. Und das ist STX, das wollen wir uns gleich nochmal anschauen. Ich hatte das in ein paar Videos ja schon erwähnt. Aktuell in dieser Phase im Markt geht es vor allem um Geschichten. Es wird sich viel erzählt und es gibt übrigens auch eine sehr krasse Überraschung für FTX-Nutzer, zumindest mal in Japan. Da gucken wir gleich nochmal drauf, was da passiert ist. Aber die Kacheln haben wir gerade gesehen. Wir gucken lieber mal auf den Bitcoin-Kurs selbst und schauen uns gleich nochmal die Gewinner des Tages an. Und willkommen zurück im Niemandsland. Ich habe jetzt geschrieben im Titel, wie es für einen Krypto-YouTuber gehört, alles oder nichts, beziehungsweise der alles oder nichts Moment vielleicht sogar. Wir sind wieder im Niemandsland gelandet. Wir sind wieder auf dem Niveau, wo wir eigentlich seit Mitte Januar so ein bisschen rumkrapsten. Das war nämlich die 23.000 US-Dollar-Marke. Jetzt sind wir zugegebenermaßen wieder ein bisschen hier nach oben gebounced. Das ist durchaus ein positives Signal. Ich zeige euch gar nicht die Einschätzung verschiedenster Analysten. Insgesamt muss man aber sagen, die 25.000er Marke dreimal deutlich abgewiesen und das ist eine extrem wichtige Marke. Sollte diese Marke nicht gerissen werden, dann kann es durchaus nochmal ein bisschen weiter südwärts gehen. Wir haben verschiedene Stimmen, die da nochmal ein bisschen Öl ins Feuer gießen. Zum Beispiel auch Arthur Hayes von BitMEX, der CEO, der jetzt jüngst wieder ein Interview gegeben hat und nochmal deutlich gemacht hat, er rechnet weiter mit diesem letzten Lackdown. Ob es aber ein neuer Boden sein muss, da lässt er doch mal die Tore, sag ich mal, offen. Er sagt, muss nicht sein, aber kann natürlich passieren. Wir gucken mal auf Caleb Franzen, was er gerade sieht, denn er guckt sich auch die Stundencandles an. Und da sehen wir eben kurzfristig einen klaren Downtrend, der jetzt wieder nach oben durchbrochen wurde. Bisschen wie von ihm prognostiziert, aber auf jeden Fall eben auf Stundenbasis sehr kurzfristig betrachtet. Und hier eben wichtig, diese rote Zone oben, die muss attackiert, die muss durchbrochen werden, damit wieder Zug in den Bitcoin-Kurs kommt. Die Frage nur, mit welcher Kraft? Woher soll diese Kraft kommen? Diese Frage werde ich gleich beantworten, bzw. warum ich diese Frage stelle, werdet ihr gleich im Finanzmarkt-Update sehen. Wir sehen Matthew Highland ansonsten, der sein Szenario weiter durchspielt. Ich habe es euch letzte Woche gezeigt, er hat ein paar nette Linien gemalt, aber tatsächlich auf Tagesbasis könnte sich genau sein Chartbild widerspiegeln, nämlich ein kleines Rauf-Runter, nämlich das dreimal abgewiesen an der 25.000er Marke, um dann quasi den Schwung zu nehmen Richtung 26, 27, 28.000, denn nach 25 könnten wirklich auch die Scheunen mal wieder offen sein, es könnte ordentlich nach oben gehen. Das bestätigt Kevin Swanson auch und wie gesagt, genießt die ganzen Chart-Analysen aktuell mit extremer Vorsicht, denn es kann immer irgendeine makroökonomische Nachricht kommen, die den Markt belastet und Bitcoin ist ohnehin schon mit einem kleinen Premium, meiner Meinung nach gerade im Markt unterwegs, im Vergleich zu anderen Risiko-Assets und das für mich eigentlich ohne Grund. Also Kevin Swanson malt ein ähnliches Bild, er sagt sogar, und ihr seht ja auch den Timeframe, dass das ganze Spiel, was wir jetzt gerade erleben, nämlich das Testen der 25.000, dann wieder runter auf die Supportlinien bei 22.700, bei 22.000, vielleicht sogar 21.400, mit dem Ziel aber eben dann Ende März, Anfang April nach oben auszubrechen. Er basiert das Ganze eben auf historischen Daten auch, ist natürlich immer ein Indikator, aber auch die Vergangenheit muss die Zukunft nicht prognostizieren. Fakt ist aber, der April, der ist hier in dieser Spalte zu sehen, war in der Vergangenheit mit 33,61%, ich kann es leider nicht markieren, also hier unten die Ecke und 504% total, einer der bullischsten Monate für Bitcoin, immer auch dann mal eben vor der Sommerpause. Also das könnte ein Szenario sein, mit Daten aus der Vergangenheit untermalt und TED Talks Makro zeigt uns nochmal den Vergleich von BTC, den 2-Jahres-Staatsanleihen, die ein wichtiger Indikator dafür sind, wie sich die Zinskurve entwickelt und eben Tech-Aktien, überhaupt allgemein US-amerikanische Aktien aktuell unter Druck, da schauen wir gleich natürlich drauf und wir sehen in beiden Fällen für Stocks, also für Aktien und Anleihen, negative Tendenz, während Bitcoin gestiegen ist. Sollte man mit Vorsicht genießen, man muss jetzt hier nicht direkt glauben, oh ja, das ist es, der Ausbruch, wir sind durch, das war es, die Entkopplung ist da. Ich sehe das tatsächlich auf der einen Seite als Stärke von Bitcoin, auch mit Grund der Tatsache, dass wir innerkryptische, wie ich das immer nennen, Probleme gelöst haben oder die ruhiger geworden sind. Ich weiß nicht, ihr habt schon lange, glaube ich, nichts mehr von der DCG Group gehört, oder von der DCG, das hat einen guten Grund, da gibt es ja Einigungen, da gibt es dann im Moment jetzt keine Gefahren mehr rund um das ganze FTX-Desaster, heißt, hier konnte man wieder ein bisschen höher einpreisen. Es bleibt aber die Gefahr, dass wenn die Märkte weiter negativ drehen, ich hier eben auch noch Nachholpotenzial dann eher sogar für Bitcoin sehe. Das heißt, es ist durchaus nicht auszuschließen, dass es sogar vielleicht eher ein schwächer Moment sein könnte. Will ich nicht orakeln, wir gucken lieber nochmal auf den S&P 500. Sehr, sehr wichtig, hatte ich euch in den letzten Wochen immer wieder geteilt, dieser Chart des Bärenmarkt-Downtrends nach oben durchbrochen, um ihn jetzt doch wieder nach unten zu attackieren. Immerhin an der 200-Tage-Linie ist der S&P wieder nach oben hin abgeprallt, das heißt, der Support hat hier erstmal gehalten. Diese lilane Linie, diese blaue Linie, das werden jetzt wichtige Marken sein, denn wenn die nach unten durchbrochen werden, kann es durchaus sein, dass es hier nochmal deutlich in der Korrektur geht an den Aktienmärkten und das kann eben auch andere Risikoassets betreffen, das in Form von Kryptoassets dann natürlich. Ansonsten schauen wir mal schnell auf den Markt drauf. Freitag der S&P schlechter gehandelt. Grund dafür zeige ich euch gleich, die PCI-Daten, die Inflationsdaten waren schlechter als erwartet. Ich meine, viel Hoffnung hatte eh keiner, aber es hat es dann eben nochmal bestätigt. Der DAX hingegen etwas kräftiger in den Wochenstart gestartet mit 1,5%. Also auch hier, wenn wir uns mal die Futures bei den Indizes angucken, kann man durchaus ein bisschen Hoffnung haben, dass der S&P ein bisschen stärker schließt. Aber würde ich mir jetzt auch noch nicht zu viel drauf reiben, kann sie im Tagesverlauf noch ein bisschen was tun. Euro ein bisschen fester, aufgrund, sorry, etwas leichter, oder jetzt heute leicht fester, aber insgesamt leichter, weil der US-Soland Stärke gewinnt. Eben das wieder gespiegelt in den Anleihen, in den Renditen der Staatsanleihen, die weiter nach oben laufen und weiter höhere Zinskurve, also Zinsanhebungen durch die FED einpreisen. So, dann gehen wir mal weiter im Text, und zwar mit der Zusammenfassung für die Woche. Was erwarten uns denn an Daten? Und ich habe es euch letzte Woche schon gesagt. Willkommen im Niemandsland, nicht nur beim Bitcoin-Kurs, sondern jetzt auch mit Daten. Es kommt nichts wirklich Interessantes, außer die Consumer Confidence. Die wird nochmal interessant sein zu sehen, wie verhalten sich gerade die Konsumenten mitteloptimistisch, oder zumindest nicht ganz pessimistisch, muss man klar sagen. Wenn die Gier noch so groß ist, ist vielleicht nicht der allerbeste Zeitpunkt. Aber ansonsten haben wir noch Panning Home Sales, was interessant sein könnte. Der Häusermarkt, habe ich ja gesagt, nicht aus den Augen verlieren. CPI, also Inflationsdaten aus Europa, die womöglich auch wieder negativ ausfallen dürften. Wir haben die Forecasts schon gesehen. Und ansonsten nichts, was jetzt wirklich richtig krass reinknallen könnte. Die großen Geschichten sind weiter die Inflation und der Rückgang der Disinflation, beziehungsweise dann eben die Tatsache, dass die Inflation länger anhält. Und das war ein ganz großes Thema am Freitag. Ich habe es ja gerade schon mal geteasert, dass hier neben mir sind die PCI-Daten. Interessant auch, dass jetzt die vergangenen Daten korrigiert wurden. Wir haben ja bei Inflationsdaten neue statistische Maßnahmen, die die Zahlen jetzt tatsächlich vom Vorjahr auch verschlechtert haben. Damit ist sogar die Erhöhung zwar nicht ganz so hart mit 4,7%, aber enttäuschend eher, dass der letzte Monat gar nicht mit 4,4% so toll war, sondern eben einfach wesentlich schlechter. Und der Forecast mit 4,3% wurde massiv verfehlt. Das hat den Markt auf jeden Fall noch mal ein bisschen ins Straucheln gebracht. Und ich sehe gerade ein witziges Bild. Tatsächlich die Leute fliehen vor diesen Daten. Und das haben wir nämlich auch gesehen, die Abverkäufe am Freitag, auch bei Bitcoin, der sich übers Wochenende aber wieder ein bisschen erholen konnte. Warum ist das so wichtig? Die Inflationsdaten sind die wichtigste Grundlage für die Entscheidungen der FED. Und die wird am 22. März das nächste Mal tagen. Und die Wahrscheinlichkeit von 50 Basispunkten ist mit 27,7% nicht mehr nichts und auch wieder höher. Das kann sich natürlich noch in dem gesamten nächsten Monat ändern. Es kommen auch noch mal Daten. Aber das ist natürlich schon mal ein erstes Alarmsignal, dass eben die Zinskurve hoch bleibt. Wir sehen es auch bei den Wahrscheinlichkeiten. Zeige ich auch regelmäßig. Keine Zinssenkung mehr in diesem Jahr erwartet. Und der Zinsgipfel bei 525 bis 550 Basispunkten. Auch bei der EZB wird es weiter hochgehen. Also schnallt euch an, lehnt euch zurück, genießt die hohen Zinsen, denn sie werden dafür sorgen, dass diese Wirtschaft eine harte Landung gezwungenermaßen bekommt. Und ich habe euch das schon mal erklärt. Das ist kein Horrorszenario, was ich aufmachen will, sondern ganz normale Geldpolitik am Ende. Die FED will eins erreichen. Rückgang der Nachfrage auf Konsumentenseite, Schwächung der Wirtschaft und damit eben Rückgang der Nachfrage, um die Inflation zu stabilisieren beziehungsweise runterzukommen auf das Niveau von 2%. Das schafft man eben mit Zinssteigerungen und deswegen werden die lange hoch bleiben und deswegen sind solche Rezessionsgedanken einfach nicht vom Tisch. Andere Seite der Medaille hatte ich auch in der letzten Woche. Ganz, ganz wichtig. Großer Faktor für Bitcoin zuletzt, die Liquidität aus dem asiatischen Raum. Vor allem die Bank of Japan haut ja immer die Kohle raus, als gäbe es kein Morgen. Sehr lockere Geldpolitik. Verwunderlich, wenn man weltweit Inflation erlebt und das hat jetzt auch Japan erwischt. Die Inflation geht weiter hoch und da gehen jetzt die Alarmglocken an, wenn auch letzte Woche der Vorsitzende gesagt hat, es wird erstmal locker bleiben. Die Sorge bleibt, was passiert denn, wenn eben diese Liquiditäts-Oase Japan, die sie schon immer war, auch den Hahn zudreht. Dann wird es auch nochmal ein bisschen enger, nochmal ein bisschen dünner und das Ganze werde ich natürlich weiter auf meinem Finanzkanal verfolgen. Wir stürzen uns jetzt in die Krypto, in die Bitcoin-Thematik und das eben hier nochmal die Erinnerung an das Thema letzte Woche. Liquidität ist King. Ist doch klar, Leute, da wo lockeres Geld sitzt, da ist auch Geld übrig für Risiko-Assets in jeder Form und dann natürlich auch für Bitcoin, egal welche Geschichte Bitcoin in Zukunft vertreten kann. Aktuell geht es eher darum, was mache ich mit meiner Kohle und es sitzt noch viel billiges Geld an der Seitenlinie. Das immer mal als positiver Indikator noch bei all den Horrorszenarien, die man sich so aufmalt. Aber hier sehen wir eben nochmal, der Money Supply M2 steigt, Bitcoin-Kurs steigt und hier nochmal der Langtrend. Man sieht es sehr, sehr deutlich. Man kann das gleiche auch mit dem Aktienmarkt legen. Sehr, sehr easy. Jetzt haben wir hier, wenn wir ganz da heranzoomen, wieder einen kleinen Liquiditätsrückgang zuletzt gehabt, weil das Ganze ist natürlich auch immer nachgelagert. Jetzt war es im Februar ein bisschen ruhiger, ein bisschen weniger Geldschwemme auch aus China und eben Japan und die Sorge ist, was passiert, wenn die wieder den Geldhahn zudrehen und das Ganze eben wieder runtergeht, dann können auch die Kurse fallen. Das aktuell zumindest mal das Narrativ. Ein anderes Narrativ ist ein bisschen wieder vom Tisch, nicht ganz, aber es wird zumindest ruhiger. TXMC schreibt RIP Ordinal Season. Also ein ganz großes Thema und das hatte ich auch im letzten Video, war ja die Geschichte mit der Möglichkeit über Ordinals alle möglichen Arten von Dateien vorzüglich aktuell bunte Bildchen in Form von NFTs auf der Bitcoin-Blockchain abzulegen. Und hier sehen wir den Mempool neben mir und ihr seht ja deutlich, wie der abgenommen hat. Das Ganze ist wieder deutlich ruhiger geworden. Es gibt auch wieder günstige Transaktionen und eine der Gefahren eben von der Ordinals-Geschichte, neben dem, die ich im letzten Video genannt habe, natürlich ganz wichtig. Die Transaktionskosten, dann auch die Sorge, dass hier vielleicht sogar Zensur stattfindet, in dem meiner sich entschließen, Ordinals eben nicht mit aufzunehmen. Glaube ich nicht. Geld regiert die Welt und das ist eher das Problem. Hohe Transaktionskosten. Das Thema wird ruhiger, es ist aber nicht vom Tisch. Das werdet ihr gleich auch beim Altcoin-Bereich sehen. Ansonsten positive Überraschung und Hoffnung für alle FTX. Ich will nicht sagen, Aktionäre ist ja völlig falsch, aber tatsächlich seid ihr Anteilseigner im Insolvenzverfahren. In Japan wurde jetzt geöffnet und es gab WithDolls in Massen. Die Leute haben das Geld bei FTX abgehoben. Positive Signale, also vielleicht für alle anderen FTX-Sorgenkinder, FTX-US. Laut Sam Bankman-Fried sollte er sowieso schon mehr als genug Geld haben. Vielleicht und hoffentlich auch in Europa, dass wir hier unsere Gelder zurückbekommen, beziehungsweise diejenigen, die betroffen sind. Ich habe vorher euch ja gewarnt abzuheben. Ich habe auch selber abgehoben. Alle, die es nicht geschafft haben, wünsche ich da auf jeden Fall viel Erfolg. Das ist erstmal eine gute Nachricht, heißt aber nicht, hier ist jetzt alles gegessen. Zumindest mal ist es ruhiger geworden. Und ich habe für euch ja auch ausführlichst im letzten Jahr als Antwort auf die FTX-Krise nochmal ein Video gemacht. Jetzt nochmal ein Artikel. Ledger Nano S Plus einrichten. Egal was für eine Hardware Wallet. Wir oder ich empfehle den Ledger. Ich nutze den auch selbst. Den Ledger Nano X. Habe ich den richtig schön Complete Black, also eine schwarze Edition. Jetzt haben wir hier in dem Artikel auch nochmal eine komplette Anleitung. Ich habe das Video. Ich werde beides nochmal verlinken und empfehle euch dringendst bei allen Börsen, die es gibt. Und ich sage immer, probiert so viel aus, wie ihr wollt. Am Ende findet ihr für euch die geeignete Börse. Lasst die Coins nicht dort liegen. Versucht sie, wenn es euch möglich ist, eben auf eure eigene Hardware Wallet zu ziehen. Ich habe den Link für einen Ledger Nano X, einen Ledger Nano S Plus unten in die Beschreibung gepackt. Wenn nicht jetzt, wann dann sich damit mal auseinandersetzen. Denn aktuell ist es eben ruhig und dann vielleicht eine gute Chance, dass ihr eure Funds noch mehr absichert. Nichtsdestotrotz sind nicht alle Börsen auch komplett unsicher. Aber am besten ist es eben auch in euren eigenen Händen. Gut. Weiteres Thema zu den Börsen ist Coinbase. Das war ein Thema von der letzten Woche. Es ist klar, Coinbase macht ein eigenes Leer-2-Netzwerk. Das nennt sich dann Base. Die Antwort vom Markt darauf war, dass ein Kryptowährung mit dem Namen Base durch die Decke geflogen ist. Himmelhilfe. Jetzt seht ihr, wie verzweifelt die Leute sind nach irgendwelchen Gains. Es wird massiv weitergezockt. Seid da auf jeden Fall auf der Hut. Es gibt kein Coin dazu. Es gibt nichts dazu, außer ein paar Informationen und dass das Ganze mit Optimism gebaut wird. Deswegen ist der Coin in der letzten Woche auch wieder etwas stärker gewesen. Second-Layer-Skalierung auf Ethereum ist und bleibt ein Riesenthema. Unabhängig vom Bullen- oder Bärenmarkt. Für mich eines der großen Themen eben das wichtigste Anwendungsleer, nämlich Ethereum zu skalieren. So, ansonsten haben wir noch den Blick zu Gary Gensler. Die SEC ja ein großes Thema in den letzten zwei Wochen hier auf dem Kanal gewesen. Es wurde ja massiv gegen die Krypto-Szene geballert. Kraken hat Probleme bekommen. Binance ins Visier geraten auf alle möglichen Art und Weisen. BUSD war so bisher das Sahnehäubchen oder die Kirsche auf der Torte. Und jetzt haben wir noch Gary Gensler, der jetzt gesagt hat, so Leute, ich habe mich entschieden. Alles ist ein Wertpapier, außer eben Bitcoin. Dass er dieses Narrativ schon länger verfolgt, ist bewusst. Jetzt muss man dazu aber auch sagen, Gary Gensler ist nicht die SEC. Er ist der Vorsitzende. Er ist aber nicht der, der allein darüber entscheidet, was passiert. Hier haben sich da mehrere Anwälte gemeldet und Krypto-Anwälte, die hier nochmal argumentiert haben und auch nochmal eingeordnet haben. Es ist nicht so wichtig, was Gary Gensler sagt. Und für mich, ohnehin, Gary Gensler so ein bisschen auf einem wackeligen Posten. Es ist nicht alles ein Wertpapier. Da muss man wirklich genau hingucken, genau sondieren. Ich fand auch das Thema NFT-Wertpapiere äußerst weit hergeholt. Aber man muss natürlich auch gucken, dass das Ganze in die Konstrukte jetzt passt. Also die SEC ist so ein bisschen im Panic-Mode. Da muss irgendwas gemacht werden. Jetzt schnell, schnell, schnell. Vielleicht, um irgendwas zu vertuschen. Ich hatte es im letzten Mal schon gesagt, Gary Gensler und die Verbindung zu Sam Bankman-Fried und FTX war ja da. Jetzt gucken wir mal auf einen anderen Chart. Ausnahmsweise mal nicht einen Bitcoin-Chart, aber den ich auch, ich will nicht sagen, erschreckend finde, aber doch auch deutlich. Denn ich sage euch immer, das Interesse ist nicht da. Mit welcher Kraft soll der Bitcoin-Kurs explosiv steigen? Guckt euch mal an, was Wales machen. Wir sehen hier in der orangenen Grafik die Anzahl an Wales, die im Januar 2021 so ein bisschen ihren Peak erreicht haben. Und hier geht es darum, Entitäten zu finden mit größer als 1.000 BTC. Parallel sind wir mit dem Bitcoin-Kursverlauf und wenig verwunderlich. Steigt der Bitcoin-Kurs, steigt die Anzahl an Entitäten, also an Bitcoin-Wales und fällt dann eben auch wieder mit starkem Momentum auch schnell mal wieder bergab. Jetzt muss man dazu sagen, diese Grafik ist ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Entitäten ist sehr schwer herauszufinden. Es gibt ja eine Anzahl an Adressen, die ist tatsächlich mehr geworden, aber weil vielleicht auch eben Wales teilweise ihre Funds aufteilen. Jetzt versucht man eben zu gucken, okay, waren das vorher eigentlich mehr als 100 oder weil die brechen das natürlich runter, um ihre Risiken auch zu vermeiden. Da sitzt keiner mit 10.000 BTC auf einer Wallet rum. Das ist schon ein Risiko, da sollte man vorsichtig sein, das wird verteilt. Deswegen genießt es mit Vorsicht, aber zumindest laut Glassnode nimmt die Zahl ab, wundert mich auch überhaupt nicht, denn denkt daran, wer ist denn ein Whale? Jemand, der auch natürlich darauf spekuliert, wie der Bitcoin-Kurs sich entwickeln wird und wenn der eben scheiße ist und das ganze Marktsentiment sich ändert, verkaufen auch Whales ab. Smart Money Moves, genauso wie Retail Money und deswegen zeige ich euch auch immer diese Grafik. Kein Interesse, ja mit welcher Kraft, wenn keine Whales, wenn kein Retail Interesse da ist, soll der Bitcoin-Kurs da jetzt irgendwie Richtung 50.000 mal rasieren. Dafür muss sich einiges im Gesamtsentiment ändern. Ändert nichts daran, dass solche Momente die besten Chancen bieten und das ist keine Handelsempfehlung, sondern auch der Blick auf die Vergangenheit und Vergangenheit ist manchmal schon Zukunft, wenn man sich vor allem anguckt, wenn die Leute am gierigsten sind, wenn jeder danach schreit, Bitcoin zu kaufen, dann ist es vielleicht schon zu spät. Top-Signal. Auf der anderen Seite genau andersrum. Und wo sind wir gerade irgendwo in so einem Niemandsland der Lethargie, was ich ja schon ein paar Mal gesagt habe und das ist eigentlich eine Chance der Akkumulation meiner Meinung nach, unabhängig davon, wie man spekuliert, ob es jetzt noch einen Tief gibt oder nicht. Denkt da wirklich langfristig und da habt ihr dann Chancen und auch wichtiger Hinweis nochmal in eigener Sache. Ich habe im letzten Video gesagt, dann habt ihr Erfolg, wenn ihr langfristig anlegt oder was, langfristig wird Bitcoin gut. Nein, das kann ich natürlich niemand garantieren, was ich aber damit sagen will. Wenn ihr auf eine steigende Wirtschaft weitersetzt und eine steigende Geldmenge und die wächst weiter, weil Inflation gehört zu unserem Geldsystem dazu, dann macht es Sinn eben auch in Form von Asset-Investments, Aktien, Krypto, was auch immer, an diesem Wirtschaftserfolg zu partizipieren und dann wächst das eben im Mittel, vor allem eben auch langfristig. Und wenn ihr langfristig an die Zukunft eines Assets glaubt, dann solltet ihr das auch langfristig aufbauen, um langfristig die Erfolgschancen zu erhöhen. Für den Greed-Index, der ist ein bisschen zurückgelaufen auf dem neutralen Bereich, da sind wir nicht mehr im Gear-Bereich, sehen wir auch bei der Bitcoin-Dominanz, die weiter stabil bei 44 ist, Altcoin-Season nicht vorhanden, wir haben aber jede Menge Zocks im absoluten Micro-Cap-Bereich, kann ich euch aus meinem Netzwerk nur berichten, da wird aktuell viel rumgeschillt, viel gezockt. Ansonsten haben wir bei den Trading-Coins Stacks, ich hatte euch ja gesagt, dass Narrativ Ordinals und, sag ich mal so, Weiterentwicklung von Bitcoin, NFTs, irgendwas tolles, Smart-Contracts auf Bitcoin, das ist weiter ein Thema in den Trading-Topics, nämlich Stacks, die das erfüllen, wir haben ansonsten noch Moonbeam-Optimism, wenig verwunderlich, dass Optimism eben seit letzter Woche ein bisschen Trending ist, genauso immer wieder auch AI-Themen oder andere alte Topics, also nichts wirklich Heißes, aber auch ein bisschen Klarheit darüber, wie aktuell der Markt eben funktioniert, mit tollen Geschichten und deswegen, guckt euch nur mal die Stacks-Startseite an von dem Projekt A Bitcoin Layer für Smart-Contracts. So, da steht, Stacks oder das Stacks-Layer macht es möglich, DeFi-NFTs und andere Apps auf dem Bitcoin-Layer abzubilden. Unabhängig jetzt irgendeiner Wertung, das ist ein Narrativ, was sich verkauft. Warum? Weil wir gesehen haben, dass Ordinals total beliebt sind, aber es gibt hier einen massiven Unterschied, die Ordinals liegen wirklich auf der Bitcoin-Blockchain, wie das Ganze bei Stacks umgesetzt wird, kann man sich auch nochmal genauer anschauen. Ich will das hier nicht über den Kampscheren, ich will euch nur zeigen, eine gute Geschichte verkauft sich eben gut und so funktioniert immer Spekulationen, vor allem auch irgendwelche zukünftigen Themen, die vielleicht interessant sein könnten und ich sehe eine große Zukunft für alles, was auf der Bitcoin-Blockchain passiert, weil sie die sicherste oder weil es das sicherste, beste und eigentlich dezentrale oder einzdezentrale Netzwerk, Blockchain-Netzwerk ist. Ob das vielleicht später bei Ethereum irgendwelche Anbindungen passiert oder, 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 da ist mir jetzt Jacke wie Hose, aber das interessiert die Leute gerade und deswegen geht sowas auch ab. Wenig verwunderlich, Blick auf die Gewinner des Tages, hatte ich ja vorhin schon gezeigt, Stacks ganz vorne mit dabei, 27% plus, 58% in den letzten sieben Tagen und mehr noch davor, also geht was, bisschen China-Narrativ noch von Neo, wir haben ansonsten nichts wirklich Auffälliges, lohnt sich also nicht, der Blick auf die Verliererseite andersrum, auch nicht wirklich sonderlich interessant, muss man ganz klar sagen, keine klaren Trends, aber eben, und das solltet ihr immer daran denken, solche Marktphasen bieten trotzdem immer Chancen, wer die Geschichte zuerst hört, sollte sich überlegen, ob man dann was macht, aber nur für aktive Trader. Ansonsten Solana, die sind wieder online, schon wieder das Netzwerk down und ich habe letztens noch einen kleinen Shitstorm wieder bekommen, dass ich nochmal auf Solana gezeigt habe und gesagt habe, Leute, es ist halt ein Problem, wenn ein Blockchain-Netzwerk überhaupt mal so eine Schwäche zeigt und dann wurde mir gesagt, ja hey Mirko, hast du lange nicht mehr verfolgt, da ist jetzt alles gut, alles ist bestens und jetzt ist das Netzwerk wieder down, was ein Timing tatsächlich um meine Hypothese zu bestätigen, dass das Solana-Netzwerk es weiter schwer haben wird. Es wird andere Blockchain-Netzwerke geben, die hier den Posten auch einnehmen können, die zuverlässiger sind und neu ist da manchmal besser. Heißt nicht, dass Solana nicht Chancen hat, aber man muss das wirklich für sich einordnen. Wir gucken jetzt nochmal ein bisschen raus, zoomen raus, der Ausblick für mich in der Woche oder ein bisschen weiter noch entfernt ist der Blick, den Rec Capital uns gibt, Bitcoin-Having, auch das übrigens ein Momentum-Narrativ, was wieder so ein bisschen Bitcoin-Kryptos steigen lässt, Stacks eben zum Beispiel gepaart mit der Ordinals-Geschichte. Wir haben noch einige Zeit bis zum nächsten Bitcoin-Having, so viel ist aber auch nicht mehr und in der Vergangenheit hat der Bitcoin-Kurs immer zwischen 366 und 396 Tagen vor dem Bitcoin-Having den Downtrend, diese schwarze Linie hier, durchbrochen nach oben. Das war 2017 so, 16, 17 so und eben auch beim letzten Having und das Ganze könnten wir jetzt nochmal erleben, wenn sich die Geschichte wiederholt. Ich bin da ehrlich gesagt weiter vorsichtig, was das Having angeht, aber charttechnisch spannende Phase, alles oder nichts im Moment, vor allem in Bezug darauf, was wir dann mit wenig Daten, mit wenig Informationen dann vielleicht auch im April machen. Und denkt vor allem mal an eins, das habe ich euch gerade nochmal gesagt, hier nochmal grafisch dargestellt. Wenn das, wenn die Angst am größten ist, sind vielleicht durchaus gute Chancen festzustellen. Das zeigt auch die Vergangenheit mit Blick auf den Konsumenten-Sentiment-Index, der jetzt auch wieder diese Woche rauskommt in den USA und war der niedrig, gab es eben nach oben hin mit Bezug auf den S&P die größten Potenziale. Wenn man die Peaks kauft mit 4,1% weniger Renditechancen, als wenn man eben die Tiefs hat, die Stimmungstiefs mit 24,9% Rendite durchschnittlich über 12 Monate. Aber auch hier die Warnung, ihr müsst nicht das fallende Messer greifen, ihr müsst nicht versuchen das am Boden zu erwischen, ihr müsst einfach nur gucken, dass ihr für euch eine aktive, vernünftige Strategie findet, den Rest passiv laufen lasst und dann eben langfristig einfach immer ein bisschen am Ball bleibt. Deswegen der Blick auch auf die Depressionszyklen, den sparen wir uns jetzt mal, da hat sich auch nichts getan. Wir sind weiter in einer Phase von Desinteresse, was nicht heißt, dass es Chancen gibt, genau die werden wir auch in den nächsten Wochen hier auf dem Kanal noch ein bisschen eruieren. Gebt mir gerne Input in die Kommentare rein, wenn euch das, wenn euch Themen besonders interessieren, dann versuche ich vielleicht auch ein bisschen was dazu zu machen. Darf nicht zu nischig sein. Gerne ein Like da lassen, wenn euch der Inhalt hier gefällt. Teilen, den Kanal abonnieren, wenn es anderen auch helfen soll und dann würde ich sagen, macht's gut, bis zum nächsten Mal und ciao.